Ein Mercedes-Benz C180 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 26.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 156 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017